und heute öffnen wir eine pokémon box genau von riss zahlen so habe ich jetzt auch spaß natürlich gesagt wir waren heute bei müller mit meinem freund das jetzt hinter der kamera wir haben einmal so ein topf produkt gekauft und seine pokémon box heute öffnen wir die pokémon box das ganz gerne ein leichter und abo und wir fangen an ok hier ist die pokémon box das ist die pokémon box das ist die special karte werden wir gleich direkt einhöhlen hast du das ist die special karte so guckt euch das mal an ihr seht den preis immer eingeblendet so ok hier ist der qr-code den könnt ihr abskeln leute hier ganz schnell genau hier sind die vier packs was möchtest du nehmen wir machen einfach ich nehme das und das unter dem stil in der mitte ok ich glaube also wir haben uns die box geteilt ich teile zum ersten mal eine box mit irgendeinem freund wir haben beide bezahlt dafür genau das ist von meinem freund die karten und das sind von mir die karten ich fange an immer abwechselnd los geht's wird der ersten im ersten pack wenn ich mal so sagen ohne spaß ich bin so ich habe so lange keine pokémon karten mehr geöffnet gibt es hier diesen kartentrick nein einfach erste letzte katze nach vorne ok zu krex dies magma rassaf landfurt wampis lapras das ist eine schöne karte aber nicht und der trainer karte von richter und mit trainer karte ein vollart sehr sehr schön von mir mein pack endlich habe ich pack lack ja bei mir zu hause darf ich meine erste special karte das nächste pack auf macht das hier dann immer unterschiedlich hier haben wir von dem paradise schicksal am ende müller hat einfach kurz so die packs zusammengeklebt am besten würde ich nie egal die karte hinten könnte müssen beschädigt nie malia glumanda frau pion oder wie der heißt ddn elektrischer generator gängel ist cool mein lieblings karte das ist sehr sehr cool wackel magma die sieht heftig aus ohne spaß das ist ein rilo oh mein gott ist einer meiner lieblings pokémon die wirklich sehr sehr cool eine star die machen wir direkt in die hülle rein und unten mustifu unten mustifu hier sind die höhlen die sie heftig aus bis jetzt hat mir beide pack lack aber deine muss ich sagen ist geiler ja mein letztes pack wenn ich jetzt pech habe und mein freund jetzt wieder richtig viel pack lack hat ich werde auskosten okay nibulak oh mein gott bin ich los padel schüler hefe alfo leval flemino hyperball und parallele schüler oh genau das gleiche aber rito ist ein bisschen besser und nix und nix oh mein gott oh mein gott für mich oh mein gott leute was ein peck genau was mein freund hat aber bloß eine ex von tentera sehr sehr cooles pack beide direkt in der hülle unerwartet unerwartet sage ich euch mein freund hat diesen rio lo karte sehr sehr cool aber ich habe auch genau die gleiche aber halt anderes pokémon hier seht ihr noch mal die andere hier ist der unterschied gar keiner sagt genau jetzt noch mein freund das nächste pack auf das letzte pack von mir okay mal gucken was jetzt das erste pack war sehr gut okay jetzt können wir spannender machen damit das video ein bisschen länger dauert okay so ich sehe schon etwas gutes da okay free piano die dna e fm palmita oder wie der heißt kam mit gut jub ja die liest du monscheine rügel okay jetzt war kurz okay ich mir okay mach langsam was ist das special card ist die ex na okay die können wir weitermachen war ich glaube ich hab nichts mal ja ja ich hab verloren also was heißt verloren wir haben die packs geteilt das sind meine special karten hier die drei zack rio lo meine drei da hatte ich ein bisschen mehr pack lack diesmal als mein freund genau okay das war unsere beute aus dieser box genau eine karte gehört meinem freund der rest gehört mir diesmal hatte ich pack lack vielleicht machen wir öfter so openings wo wir uns eine box mal teilen genau ich hoffe ich habe das video gefallen ihr wart auf kanal müsst ihr gerne man lasst ein like da und ein abo für mehr pokémon videos und bis zum nächsten mal ciao